Hallo, kennen Sie schon ePale? ePale ist die Plattform für Erwachsenenbildung in Europa. Egal ob Trainerin, Manager, Forscherin oder Praktiker, auf ePale kommen alle zusammen, die in der Erwachsenenbildung tätig sind. Informieren Sie sich über News zum Thema Erwachsenenbildung und unterhalten Sie sich mit anderen Experten über neue Trends. Teilen Sie Ideen untereinander, bewerten Sie diese und arbeiten Sie auch anschließend gemeinsam daran. Optimieren Sie Beispiele bewährter Praktiken so noch weiter und bauen Sie diese aus. Ressourcen kommen dadurch zielgenau zum Einsatz. Auf ePale hat die Community die Möglichkeit, aus diesen Themen frei zu wählen. Unterstützung für Lernende, Lernumgebungen, Lebenskompetenzen, Qualität, Politik, Strategien und Finanzierung. Da ist mit Sicherheit für alle das Passende dabei. Durch ihren offenen Zugang setzt die ePale-Gemeinschaft neue Impulse für den Austausch mit anderen europäischen Bildungseinrichtungen. Diese moderne Verbindung schafft neue Möglichkeiten im Bereich der Erwachsenenbildung und sichert dessen Weiterentwicklung. Wachsen wir gemeinsam. Werden Sie Teil der ePale-Gemeinschaft. Musik Untertitelung des ZDF, 2020